Willkommen zurück bei Seven Days to Die, Season 4. Kante, wir sind auf Sendung. Kante! Wir nehmen doch auf. So, ja jetzt, ja jetzt, äh, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Hallo Kante! Da habt ihr mich erwischt, weiß auch nicht. Ich mach gern Ausdruckstanz. Ach so, ja. Ich dachte, du tanzt deinen Namen. Ja, das war wohl nix. Das kann ich leider auch noch machen. Ich hab gehört, du bist besser bewaffnet. Ja, ich hab Nudelholz. Ich seh schon deinen Nudelholz. Damit schlagen wir uns... Der halbe Bildschirm ist ja auch irgendwie... Damit schlagen wir uns jetzt atemlos durch die Nacht. Richtig. Erstmal 50 Cent ins Phrasenschwein hier. Vollgas. Alles klar. Dann, äh, ja. Welche Richtung gehen wir denn? Jetzt sind wir sogar nach Norden gegangen, oder? Ja, Norden war, war jetzt öde. Also, das war nix. Wir waren nach Süden. Wir waren nach Süden, okay. Aber da kommen wir noch her, ne? So, dann Westen oder in den Östen? Ne, Westen waren nur Berge. In den Östen? Dann gehen wir in den Östen. Gehen wir durch die Stadt. Oh, direkt den ersten Hänger hier. Ja, ich hab auch so ein kleines Rückelchen gehabt. Mein Gott, das kenne ich auch noch gar nicht jetzt hier. Die ersten Aufnahmen haben mir mutterweich. Ja, der PC hatte jetzt den ganzen Tag Pause. Der muss sich erst mal wieder an die Leistung gewöhnen. Muss erst warm werden, ja. Ja. Ich bin jetzt schon atemlos. Äh, Wolf. Wolf. Oh, was hat denn? Oh, noch ein Wolf. Verdammt! Ui! Ey, der nur geholzt ist scheiße. Not! Da bin ich. Nein, ist noch einer. Oh, die sind aber kacke, du. Oh, Wolfsfleisch. Lass mal hier reingehen, was ist das hier? Äh. Bart Salvage. What the fuck is that? Oh, hörst du ihn? Sehr störte Werkbank. Nix. Das ist aber kacke, wenn er da auf der Straße rumtourennt, der Wolf, du. Das haben wir auch geschafft. Ja. Wir müssen zusammenbleiben. Ey, voll am Looten. Oh, der hat schon wieder Hunger, ey. Da ist er. Er kommt! Oh. Es leckt aber auch. Na hier. Das Ding gar nicht, ey. Nee, irgendwie. Der ist weg, ey. Boah, der erste Kühl für mich, ey. Toll, jetzt bin ich infiziert. Na super. Hast du noch Honig? Ja. Huffzein Fleisch. 25 Fleisch. Bam! Oh, hier ist es. Hier brennt es. Hier ist es. Ein verbranntes Ding. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass Spiegelein mit Speck 5 Wildbrett kostet, würde man jetzt wieder sagen, boah, die kriegen aber viel Fleisch. Ach, nö, wenn du auch sagst, ist doch kacke. Ach, er ist doch nur ein dicker, ist doch gut. BAM! Ja, ja. Hinter dir! Ja, was? Frau mit leuchtenden Augen. Oh, er hat ein blaues Säckchen verloren hat. Warte, ich muss ihm mal eben... Bin ich ja jetzt tot. Ja, ich habe zwei neue Bände. Die Verbände. 25. Wäre gut, wenn du kommst. Ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Der Spitzsacke, ey. Bam! Der Spitzsacke. Ja, jetzt toll, jetzt donnert auch noch, ja, super. Sehr gut für die Atmosphäre. Ich werde ich mal nicht. Habe ich Skillpunkte? Ey, ich habe Skillpunkte. Ole, ole. Wie ist aber unser Mods hier? Ich muss ja mal eben meinen Lucky Looter nochmal einen hochsetzen, damit wir auch geilen Scheiß finden. Sollen wir hier mal... Oh, schon wieder ein Wolf, du. Hier im Wolfsrevier. Warte, ich... Jetzt will er hier nochmal. Oh, oh, oh. Ey, den habe ich getroffen. Ach, shit. Ja, so halten die Verbände nicht lange, du. Oh, 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 oh. Wo kommen denn jetzt die ganzen Wölfe her? Nee, jetzt halt vielleicht... Scheiß Uhrzeit, wa? Vielleicht sollten wir auch mal hier in so'n, äh... Oh, Dicker. Wer ist er denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Was ist er denn? Ich sehe... Da bist du. Ach ja, das ist ja nur ein kleiner Dicker. Der sah so fett aus jetzt. Okay, der war nicht normal dick. Der hatte einen blauen Sack dabei. Da sah er ja. Der war anders. Der war anders, ja. Oh. Äh. Oh. Uns noch hier verbünden. Hm. Ich überlege gerade, wie viele Zombies da wohl rauskommen. Bam! Oh, oh, oh. Auch nachts und Schlagmach. Du, da kommt noch einer. Im Highspeed. Oh. Alter. Das ist so klein, ey. Aber... Ich bin tot. Warum bin ich tot? Keine Ahnung. Ich hab doch voll viel Energie. Aber ich hab was für dich. Ja. Dass man sich immer noch nicht wiederbeleben kann, das ist immer noch so'n bisschen hm. Ey, ich warte hier mal auf dich, ne? Könnt ihr echt mal machen, dass man... Ja, das wär schon schöner, also. Leben kann, ey. Was ist denn das für ne... Für ne Anzeige bei mir? So ein Sensenmann unten links. Ja, der heißt nur, dass du gestorben bist. Oh, ich hab ein Messer gefunden. Eins zum Ausnehmen. Oh. Mann, ey. Ach so, wir müssen uns noch, äh... Ja, wir haben ja schon gemacht, du. Ach so, da hab ich gar nicht mitgekriegt. Ah ja, ich hab nen Brief. Hm. Hab ich. Ich geh mal hier rein gucken, wie viele da kommen. Nur mal so spaßeshalber. Mach mal. 0. Noch 0. 1. Ach, vom Dach kommen sie. Alter. Meio, ey. Die drehen aber mal ab, du. Komm mal, ja. 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 Für dich. Setz sie in weise ein. Oh. Ah, das ist ein Häschen. Wie mache ich denn an? Ich hab das Häschen. Äh. Neue Kreuz. Links. Ich bringe noch welche mit. Ich bringe noch welche mit. Ich bringe noch welche mit. Oh ja. Er sagt, er rennt. Nee, du bist gegen eine Fensterscheibe gelatscht. Und langsam könnten wir knarren finden, oder? Ja. Ich wundere mich sowieso, dass wir noch keine Ahnung haben. Ich hab schon fast Tag 3 hier. Ich hab nicht an der Base gemacht, ey. Nö. Ja. Irgendwo kommt ja noch wer. Ja. Von hinten da kommt er. Der Renter gegen die. Wo? Der Renter gegen die. Wo? Wo? Gegen den Pfeiler hier. Ja, dann lass ihn. Oh, hier sind wieder die Regale, die du shit sind. Oh, er ist frei. Toll, jetzt ist hier nur Kacke drin. Ah, 14 Stahl. Richtig. Wieder nur Haufen von Munition. Dietrich. Oh, was war? Fahrradlenker und Warten. Ja, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Bergbankbauplan. Bei den meisten findest du echt nur Plastik. Zange. Boah. Das kann auch wieder hier. Da ist noch einer. Oh, ja. Jetzt haben wir ein Pinselchen. So. Oh, ja. Hier hab ich auch. Ach, Dietrich, Fahrräder, Zuerhör, und, und, und. Oh, ja. Da hab ich auch. Jetzt hab ich auch. Ach, Dietrich, Fahrräder, Zuerhör, und, und, und. also die regale sind besser als die tun muss man so sagen eine schippe und 60 blöcke habe ich gefunden und dahinten ist natürlich sehr gut aussieht wir sind kisten aber gab es bisher eigentlich eine folge wo keiner von uns gestorben ist das ist schon rekord ja die kisten muss sie gar nicht neue hosen oder kann auch irgendwie ist ein nudelholz besser als mein ding jetzt hier aber ich nehme mal die toiletten hier aber das ist ja echt mehr der match also gar nicht dass der die halte alle mädchen oder ja ja damit also thema später aus er ist schon wieder kann nicht ich habe eine schippe gefunden noch eine du hast ein lootback liegen lassen was das denn ja ich dachte da hinten das verdacht hat war ein blauer sack aber das wollte den blauen sein zuerst okay wir kommen hier aufs dach du noch eine so wie so eine kiste ja hier auch okay so wieder stahl und schütteln also der lud wird besser aber ich wollte sagen hier ruckelt aber nur schon kommt einer durch die decke gekracht hat karton warum ist auch noch eine immer ganz schön viele kisten trinkbrunnen sofa bücher regal und metallrohre so schön ketten züge die brauchen wir unbedingt nägel er räumt schon die küche leer ok da sind die chips ja ich habe noch keine gesehen heute ich habe auch keine bei stimmt gar nichts zu essen bei zwei mails vorbereitet erbsen nicht mal gut vorbereitet wieder ja immer immer hier war links noch eine treppe leiter nach oben ich weiß nicht ob da eine gute idee ist das sieht nicht die nicht oh 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 ja auf jeden fall ein zombie 2 ja aber wo wo ja da rennt einer weg wie aussah es mal richtig getroffen stufe 1 der berstet der schädel wieder level ab was noch in der decke oh nein oder ein hund und kombi einfach stecken wieder ganz hinten so eine hunde hütte die kleinen dinger auf den boden kannst du auch einsammeln wenn ihr so dosen stehen welche so kann er lassen und stapel dosen auf dem boden fürs ambiente habe ich jetzt mal so eine kerze mitgenommen wie das hier in dem dinge ich weiß auch nicht was da los ist bei dir ich bin mir durchgefallen sieht doch erst mal ganz gut aus ich gehe mal hier durch manchmal ist hier oben drauf nämlich auch noch ein bisschen blut aber die decke ist so kaputt oder nein was ja ich komme auch mehr runter hier oder sieht nämlich nicht so aus als wenn das hier ob ich komme runter also nämlich noch drei zombies oben ja ich höre schon ich sehe aber nix ich gehe raus jetzt renne ich vor die fensterscheibe da draußen ist auch besucht irgendwo an die kommen zwei stück zwei stück da sind die von oben wo bist drei stück ja ich komme hier stück ja auch nein auch nein oder ist einer hier mit helm ich los immer von mir weg jetzt habe ich keine ausdauer mehr ich habe hier den mit helm oder spiel tot wie heftig ist denn der ist draußen auf dem auto und ist mich jetzt mag ich nicht mehr naja kann ich wissen wir mal die betale machen ich habe dann erst mal alles hier resultieren später da kommt super machen jetzt schon drei andere kisten und dann nämlich mit als man wieder wo es gibt hat dann da ist er der helmtyp ja er ist what the fuck ja guck mal dann kannst du auch dann inventar herr also der der ist noch gar nicht total und ich kann nicht beruhigen level 2 schlachterbein auch nicht also da hat keine schox so ich bin leer ich glaube ich kann ein bisschen was killen bin ich ganz sicher aber und jetzt gehen wir denn bergarbeiter weiß nicht immer ganz gut und der tyrannosaurus auch so zack wieder keine punkte mehr so schnell geht das jetzt hier getränke gefrierschrank wie hast du gefunden ja das ist natürlich nicht verkehrt band oben machen wir auch machen okay weit sind wenn ich nach osten gekommen das war ja klar das war ja nüchtern oh das sieht aus als wenn du äh fette waffe in der hand hast aber es ist seine kiste okay regal ja das ist ganz wichtig betonfelder auch gut in not wird alles verkauft ist egal das gibt ja oben nur reiner kistenhaufen gibt das naja gegnerungsalkohol ja der ist wieder zurück dank mod dann haben sie rausgenommen eigentlich euch echten bärbäume ich weiß es nicht ja so licht aber werde ich dafür den bergbauhelm hole ich mir wenn ich buddeln gehe wir haben gerade mal vier trübe wasser gefunden ist ja nix hier nochmal einen bauplan rein zwei motoren habe ich gefunden aha aha actionfiguren warte muss nur aufmachen na ich bin noch nicht fertig okay erstmal alles rein was ich nicht brauch oh was denn ich habe abgeschlossen und aufgeschlossen wie meine kiste nein was sagen mit hast du dafür stecke schienbein schon an er ist ja high-end ausgerüstet ist der hier immer alter hast keine nägel oder leider da muss ich nachstellen hier muss ich mir herstellen oder nicht ne oder loti nicht weiß ich nicht kann man damit schießen ich weiß nicht ja ich brauche nägel ist ja die blaue version ja hier sind welche drin wie mache ich denn ne kannst du nicht das ist irgendwas anderes ich denke für irgendeine falle oder so weiß also die müssen schon gelb sein wie mache ich denn auf dreieck lange gedrückt halten und dann auf aufschließen hey du hast ja echt zwei das sind doch keine motoren das sind doch motoren da steht motor ok hey die kann man sogar stacken da ist ja ganz neu haufen munition großart würde mich jetzt mal interessiert was denn guck mal eben ob du den looten kannst den ich da hinter die tür gesetzt habe ja hier hinter die das wäre jetzt ein highlight geworden aber ich hatte auch so schicke kisten gefunden wo ich jetzt gar nicht mehr weiß wo die sind ich könnte man irgendwo hinstellen wo sie sich mit loot füllen nach fünf tagen ja ob wir das machen finden wir später heraus das finden wir in der nächsten folge oder danach oder danach oder danach oder danach alles klar freunde wir wagen den weg nach osten dann in der nächsten folge nochmal wenn es wieder hell ist richtig machts gut haut rein